Zunächst einmal, wo kommt dieser Name her? Ahl-Sunnah wal Jama'ah. Bevor wir das beantworten, kann man schon mal sagen, es ist also kein erfundener Name, sondern es ist wirklich ein fester Bestandteil des Islams. Eigentlich könnte man auch sagen, Ahl-Sunnah ist nicht der Name irgendeiner Gruppe oder Gruppierung im Islam, sondern es ist der Islam. Ahl-Sunnah ist der Islam, sondern es ist nicht eine Gruppierung oder eine Gruppe. Wie man sieht, wenn man ein bisschen Arabisch versteht, sind dort zwei wichtige Komponenten in diesem Satz. Sunnah und Jama'ah. Deswegen müssen wir diese beiden Begriffe kurz erläutern, inshallah. Sunnah, linguistisch gesehen, wörtlich gesehen, bedeutet das Fahrt, Weg. In diesem Zusammenhang, islamisch, ist die Sunnah, wie ihr wisst, die Rechtleitung, an die sich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und seine Gefährten in Wort und Tat und Taten gehalten haben. Danach haben sie sich orientiert und danach haben sie gelebt. Das ist die Sunnah. Der zweite Begriff in diesem Satz ist die Jama'ah. Wörtlich gesehen bedeutet das Gemeinschaft. Gegenteil von Jama'ah ist Tafaruq, also sich trennen, auseinander gehen. Hier bedeutet Jama'ah die frommen, rechtschaffenden Vorfahren dieser Ummah, von den Gefährten, ihren Nachkommen, denn also die Tabi'un, die Tabi'i Tabi'un, es geht immer weiter, Generation für Generation, und allen denjenigen, die ihnen folgen und auch folgen werden, bis zum Tag des jüngsten Gerichts. Also kann man das nochmal zusammenfassen und sagen, Ahl-i Sunnah wal Jama'ah ist also die Gemeinschaft, die sich auf dem Weg des Propheten alaihi wa sallam und seiner Gefährten und der darauf folgenden Generationen und darauf folgenden Generationen und heute und bis zum Tag des jüngsten Gerichts an dieser Sunnah festhalten, an der Sunnah des Propheten alaihi wa sallam. Aber, ma ana alaihi wa ashabi, sagt der Prophet alaihi wa sallam. Also nicht nur an der Sunnah des Propheten alaihi wa sallam, sondern auch an der Sunnah und Lebensweise seiner Gefährten, radiyallahu anhu majma'i. Das ist die Definition, wie es in kurzer, faster Form diesen Satz, diesen Begriff erläutert. Ahl-i Sunnah wal Jama'ah.